recht herzlich willkommen zur 71 folge von towns spielstand wird gerade geladen wir haben letzt mal diese brücke gebaut ich starte immer hier unten ich weiß auch nicht warum komisch ja wir haben unten die brücke gebaut oben nicht unten oben hier diese brücke zu ende da können wir jetzt von da nach da laufen überlegen was wir daraus zaubern oder auch nicht ich glaube wir können da noch ein bisschen steine hin machen also steine mauerwerk hin machen jetzt dass das einigermaßen zu ist ja ich mache es erstmal so und so wieso ist es so so dann haben wir dann gang hier ist jetzt ein schlitz war offen aber ich glaube das auch egal machen wir so passt so 17 34 war letzt mal 18 34 ist ja auch schon mal was können sich da oben weiter beschäftigen wir machen wir einen tag noch schneller und dann sollte man gucken wie weit ist es hier ist das dach zu da haben wir auch ein zugesdach jetzt müssten wir eigentlich hier die zimmer von denen schließen das sind 6 12 18 das sind 24 ok also betten und so kann man da reinstellen dann haben wir genug aber vielleicht noch überlegen sollten vielleicht ein gang nach hier damit dieses hier auch machen können aber wir können ja auch hier lang vielleicht noch mal schauen wir das machen würde ich sagen gut essenstechnisch gucken wir mal gerade rein 5 brote abflumbieren sind ein bisschen knapp weil sollten wir da noch mal was machen gerade so da laufen sie und machen das ist doch auch schön hier oben jetzt auch voran kupfer sehe ich da oben zange macht hier eigentlich unser untergeschoss die längens ist das eigentlich am laufen ja die ist am laufen okay dann ist ja alles gut 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 so hier das lager ist auch voll hier liegt noch jemand den sollte man woanders mal begraben oder das heißt wir haben hier hobgoblinit und goblinit können wir überlegen was wir als standard rüstung machen dahin dahin was hat so eine brustplatte 900 bis 1200 sagen wir jetzt mal einfach okay hobgoblinit ist dann das bessere und das ist ja der schlechterer ja aber das ist aus auch das ist schon an okay das ist aber hoffentlich aus ne ja da wird ist das nächste dann nee da wird es schlechter wie das oder ja okay sneakerit wäre ein bisschen besser wie hobgoblinit ne ja aber zum bit zum bite hm zum bite ja okay wir haben erstmal das das ist ja auch eine gute idee was brauchen wir denn noch dazu dass die frage ne kupfer kupfer hobgoblinit äh berätschaften dafür zum herstellen sind alle da nur die leute fehlen irgendwie ist hier eine pause dran angriff wahnsinns angriff okay aber hier ist jetzt nirgendwo etwas wo ich sagen würde ja das ist es aber waffentechnisch und der other goblonit und da haben wir ein bambus das ist der 1000 bis 1300 ok das sind die beiden tun sich ja gar nix ist also egal welchen man machen würde ok spiderit sneakerit spiderit zum bit dann würde ich mal den auf einstellen und den auch auf einstellen so ein paar wappen dazu kriegen hier sind natürlich auch noch klamotten drin hm das macht die happiness 20 von 34 das ist schon mal gut äh ist alles ab ja wie sieht es unten aus mit grabstätten haben wir da genug ja da ist auch noch genug ich mach mal gerade eine mehr weil da unten ja irgendwo dieser Sarg stand vielleicht bringt den dann einer hier hoch da 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 ja das war mal die musik aus den 80ern ne machen wir da noch zwei hin vielleicht wird dann der eine der in dem lager von dem hier da lag in der mitte vielleicht wird der dann weggebracht wäre vielleicht nicht schlecht ne ja ach so wir müssten ein bisschen hier noch bandtechnisch was machen der läuft jetzt hier lang dann würde ich sagen machen wir hier mal einen weg vielleicht ist das gerade nicht das richtige was wir da machen ja löscht das mal schnell sonst macht er glaubt äh wieso kriegt das jetzt nicht weg krieg's hier weg ja so so richtig und hier muss ich den eigentlich haben so da war schon einer aha jetzt geht's vielleicht macht er das jetzt auch obwohl die laufen da lang wo läuft die dame denn lang die läuft jetzt da lang um das loch zu machen oder wahrscheinlich alles gut fangen wir mal von oben an ne macht ja sinn also hier brauchen wir glaube nicht in der etage da haben wir ja schon genug gemacht hier wäre es entscheidender ich glaube hier eine man durch ist vielleicht nicht verkehrt könnte noch da laufen können dann da abzweigen da läuft da lang kann man hier noch abkürzen so müssen wir erst wieder anklicken habe ich keine shift taste gemacht picken da jetzt gerade durch und da wird wahrscheinlich auch was passieren dann ja die laufen den großen bogen da lang um jetzt da das loch in die wand zu stellen auch schön ne gut da machen sie das auch wo laufen sie hier lang okay dann können wir hier noch einen durchbruch machen würde ich jetzt mal sagen ne die laufen da lang da ein durchbruch hin ja dann ist auf jeden fall schon mal was besser ne können sie da lang laufen ja macht da mal einen durchbruch obwohl da nie einer lang laufen wird aber ist auch egal passt auf jeden fall oder da kann man durch ja ich glaube das ist dann erstmal gut da geht es auch hier ist ziemlich viel los sogar so gehen wir eine etage tiefer und gucken wie es hier ist darum da durch da durch da durch da kann man durchbruch machen da wäre auch noch machbar ich glaube das ist alles soweit ok oder irgendwie ist es wieder weg da geht es was ist das ach so da ist die ecke von so einem stein da machen wir hier auch noch einen durchbruch ah ist das von bedeutung her weiß ich nicht wo man da durch sollte oder nicht aber das ist alles gut gut zwei talen haben wir erstmal gemacht gucken wir weiter läuft hier überhaupt was oder ist gerade wir haben irgendwas neuer angriff auch nichts weltbewegendes gut die sind alle beschäftigt ne da fehlt ein baum der muss da hin gut sieht hier oben mit happiness aus 15 ist runter gegangen 15 ist runter gegangen ja hier ist wohl ein bisschen was passiert ne da können wir eigentlich eine wand ziehen hier damit das doppelt wird dann haben die wieder was zu tun ne gut gut wir dunkel haben wir jetzt hier eigentlich so ein tal liegen ah da ist was ne das ist eine bambusstange so ein anderes werkzeug ist jetzt hier nicht gemacht worden ne wie sind die denn ausgerüstet weiterhin alle haben was außer schuhe und kopfbedeckung fehlt auch warum wird das denn hier nicht gemacht smelter haben wir smelter haben wir smelter haben wir auch Kupfer ach das ist Eisen das ist kein Kupfer ok dann wird es wahrscheinlich am Kupfer liegen ah Kupfer waren glaube ich so kleine Berge ne mal hier Kupfer das ist Eisen dann ne ja hier ist dann nichts da unten ist auch klar das ist nicht dann gehen wir eine Etage tiefer gucken was hier ist hier ist Kupfer dann bauen wir doch da mal Kupfer ab das ist alles Kupfer und dies ist wieder Eisen ist noch irgendwo anders hier Kupfer das Eisen ist auch nicht die ideale Stelle zum abbauen ne ne ich glaube das ist das einzige was wir hier am Kupfer haben ja hier unten ist da noch was zum entdecken ne steht da schon wieder steht da schon wieder ja also diese kleinen Angriffe die sind dann auch doof ne so die Aufgabe haben sie gekriegt da geht's hin dann können wir mal hier ein bisschen bohren noch nochmal 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 hier mal diese Erdarbeiten hier und jetzt sind sie schon kräftig am Arbeiten hier man hört's und da könnten wir dann eigentlich einer Mine hinsetzen wenn das geht ne mal checken mal checken passt dahin wohl mal gucken was uns da fehlt zwei Fackeln dreimal Holz einmal Eisen Holz und Eisen sollte nicht das Problem sein denn sind es die Fackeln und die kriegen wir hier irgendwo bei Werkzeuge ne eine haben wir noch machen wir noch eine zweite zu oder eine ist schon geholt worden ok ok da haben wir gerade gehört dass da was drunter gearbeitet wurde ich mach mal gerade hier rundherum noch ein bisschen das Gelände weg die holen jetzt Kupfer so Kupfer nein das ist Eisen ok nochmal was gemacht worden an der Mine Mine Kupfer wird geholt das heißt die sind oben kräftig am Arbeiten ne schauen wir mal warum ist da so äh äh zu hören was ist hier ah guck mal da ist was neues alles klar ja haben wir was freigelegt und die Helden sind richtig am Malochen also alles gut haben die auch wieder was zu tun ne brauchen wir mal Glasflaschen naja naja gut ah die zweite Fackel ist auch gemacht das ist glaube ich angebracht worden ne kann das sein da wird jetzt gerade Platz geschaffen an der Mine ja die Mine ist ja ertragreich wenn ne da drunter ist genug vorkommen und da noch einer gebracht was die Gemeinschaft ja ich weiß nicht ob man da sehen kann wie lange das noch braucht ja ja zweimal Holz fehlt noch alles klar einmal Holz fehlt noch das war's dann dann ist sie fertig ja na der hats nicht gebracht na der hats nicht gebracht Building Under Construction Einer fehlt noch. Ist er das? Ja, okay, sie läuft dann. Ja, produziert dann wohl, gehe ich von aus. Weiß nicht, wie man das sieht oder überhaupt. Da geht hoch und runter, aber sonst weiß ich nicht. Gut, müssen wir im Auge behalten. Darauf achten, ob da wirklich produziert wird, aber sollte eigentlich, weil sieht man das eigentlich hier oben. Haben die das in irgendein Lager deponiert? Hier ist jetzt nirgendwo Kupfer zu sehen. Haben wir ein Kupferlager, das ist das. Managed Stockpile, was ist da drin? Da ist nur Eisen drin, dann würde ich tendenziell sagen, machen wir hier noch eins hin. Das Problem, Stockpile. Achso, wir müssen noch Materials auswählen hier. Okay, ein Jingle, ein Held mehr gekommen. Managed. Und Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ist das Kupfer? Ne, das ist Gold. Das ist Kupfer. Gut, dann sehen wir das ja, wenn hier eingelagert wird, oder? Okay, aber ich würde mal sagen, für die Runde soll es dann auch erst wieder reichen. Ah, guck mal, hier sind die Rüstungen gemacht worden. Und da kümmern wir uns dann nächste Folge rum. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dann, tschüß!